Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Weihnachten, ich wünsche euch und euren Familien wunderschöne Festtage und natürlich auch schon im Voraus einen guten Rutsch ins neue Jahr. Natürlich werde ich euch auch zwischen den Feiertagen mit frischen Videos versorgen. Heute ist es allerdings schon fast Tradition, dass wir zusammen einmal den Weihnachtsmann anrufen. Und nicht irgendeinen Weihnachtsmann, sondern den vom Amazon Echo. Und was uns der Weihnachtsmann dieses Jahr so an Überraschungen mitgebracht hat, das schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Rufe den Weihnachtsmann an. Der Weihnachtsmann wird angerufen. Hier ist das Weihnachtsmann-Telefon. Wer ist denn da? Felix. Hallo, schön, dass du anrufst. Du wolltest sicher den Weihnachtsmann sprechen, aber der ist zurzeit leider viel zu beschäftigt, um selbst als Telefon zu gehen. Deshalb bin ich da. Ich bin Toni, der Assistent vom Weihnachtsmann. Weißt du denn schon, was du dir zu Weihnachten wünschst? Ja. Das ist gut, das zu wissen. Was wünschst du dir denn? Eine tolle Idee. Das werde ich dem Weihnachtsmann ausrichten. Ich sehe, da kommt schon der nächste Anruf für den Weihnachtsmann. Den muss ich auch annehmen. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Hallo. Ach, du bist es wieder. Ich bekomme gerade ganz viele Anrufe und kann leider nicht ans Telefon gehen. Probiere es doch später noch einmal. Du sprichst mit dem Anschluss vom Weihnachtsmann. Ich kann leider gerade nicht ans Telefon gehen. Ich suche nämlich im Keller nach den schönen Kugeln für unseren Weihnachtsbaum. Ruf doch später noch einmal an. Ja, du hast die richtige Nummer gewählt. Hier ist der Weihnachtsmann. Ich bin gerade vor dem Haus und schippe Schnee. Hier am Nordpol hat es mal wieder ganz kräftig geschneit. Später bin ich sicher wieder erreichbar. Ruf doch einfach noch einmal wieder an. Da haben sich die Amazon Echo Entwickler wieder ins Zeug gelegt. Amazon Echo Weihnachtsmann 2021. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, schöne Festtage und freue mich jetzt schon darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Das ist natürlich wie immer morgen schon der Fall. 18.30 Uhr auf meinem Kanal. Von daher gerne vorbeischauen. Gerne auch nächste Woche wieder bei Twitch vorbeischauen. Montag und Mittwoch gibt es hier um 18.30 Uhr natürlich den Livestream für euch. Alle Links und natürlich alles Wissenswerte findet ihr in der Infobox. Und natürlich wünsche ich euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt smart. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.